Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk. Heute jedoch etwas anders, nämlich das, was Sie gleich hören werden, ist eine Aufzeichnung von der CeBIT vom Heisestand in der Halle 5. Da haben nämlich Herr Kollege Dirks und ich etwas zu posten und bloggen ohne Reue, das 1x1 der Bildrechte im Web 2.0 berichtet. Und leider ist deswegen vielleicht auch die Tonqualität nicht ganz so, wie man es sonst gewohnt ist bei uns. Ich hoffe trotzdem, dass das folgende Tondokument auf Interesse stößt. Ich gebe da mal ab. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk. Im Internet zu finden auf jurafunk.de. Und heute ganz was Besonderes. Wir befinden uns hier heute live auf der CeBIT am Heisestand und werden also vor langsam wachsendem Publikum ein wenig was über Blogging, über Fotoerstellung und ähnliches erzählen. Und dass die Leute, die das sind, die das hier erklären, das ist zum einen Rechtsanwalt Stefan Dirks aus der Kanzlei Dirks & Dirks. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Hallo Stefan. Hallo Henry. Vielen Dank. Schon mal nicht abgesprochener Applaus. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, ganz spontan. Ich begrüße Dich auch hier auf der CeBIT, den ganzen weiten Weg aus Kiel. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Und pünktlich. Und pünktlich. Wir waren pünktlich. Henry Grasemann, ebenfalls Rechtsanwalt und Experte für Datenschutzrecht. Schön, dass Du hier bist. Ja. Vielen Dank. Kommen Sie ruhig gern noch näher. Hier vorne sind noch Plätze frei und Sie werden nicht drangenommen. Und es ist sicherlich nachher Gold wert, ein bisschen noch gesessen zu haben, wenn Sie hier noch vorhaben, bis 18 Uhr auf der CeBIT rumzulaufen. Das kann ich aus eigener Erfahrung durchaus bestätigen. Also durchaus gerne hier noch Platz nehmen. Damit wir bis 18 Uhr fertig werden, fangen wir an. Also, es geht hier heute um Posten und Bloggen ohne Reue. Das 1x1 der Bildrechte im Web 2.0. Was muss ich eigentlich beachten, wenn ich Bildmaterial im Internet verwende? Also egal, ob es nun in meinem Blog ist oder in meiner Timeline. Darum soll es gehen heute. Und wir fangen mal mit einem ganz typischen Beispiel an. Das ist ein Blogposting aus meinem eigenen Blog, dirks.it. Da haben wir auch eine Jura von Gleif gemacht und da gibt es dann so eine kleine Ankündigung. Und in dem Blogposting gibt es ein Foto. Und das Foto zeigt Herrn Grasemann und mich. Der mit den Locken, das ist Grasemann, das andere bin ich. Man erklärt es, glaube ich. Wir haben ihn da schon mal drauf markiert, wer da eigentlich was zu melden hat, wenn es darum geht, dieses Foto zu veröffentlichen. Also zu posten zum Beispiel. Nämlich einmal Grasemann, natürlich, als Abgebildeter. Einmal Dirks, das bin ich. Ich auch natürlich. Ich bin auch abgebildet. Und der Fotograf, der das Bild gemacht hat, hat an diesen Inhalten natürlich auch Rechte. Was für Rechte das sind, sehen wir gleich. Aber wir sehen hier auch schon, in welche beiden Richtungen das gleich gehen wird. Einmal nämlich die Frage, so Urheberrecht im weiteren Sinne, was ist da zu beachten. Und auf der anderen Seite die Frage der Persönlichkeitsrechte. Und natürlich ist es immer so, in der Share-Economy, das ist ja auch das Motto der diesjährigen CeBIT, Share-Economy. Also es wird nicht nur geblockt und gepostet, sondern es ist auch gleich geteilt. Und das multipliziert natürlich die Probleme, die damit einhergehen. Und genug der Vorrede. Henry, fang mal an mit deinem Teil. Sehr gerne. Wenn du mir mal dieses formschöne Teil hier von Logitech weitergibst. Ja, Share-Economy, das große Thema ja auf der CeBIT. Und wir freuen uns in den Ast, glaube ich, dass wir es diesmal tatsächlich geschafft haben, sogar das Thema der CeBIT mit einzuflechten. Letztes Jahr hat es nicht ganz geklappt, aber diesmal klappt es. Und mein Part ist jetzt erstmal ein wenig darüber aufzuklären, welche Rechte und insbesondere welche Probleme haben Sie denn, wenn Sie Fotos erstmal überhaupt machen. Sprich also noch so in der Produktionsphase sind, um im Blog dann irgendwas zu veröffentlichen. Also selber Fotos herstellen. Herr Dirks wird ja dann nachher ein wenig darüber dann noch was erzählen, wie Sie dieses im Blog selber verwenden können. Gegenfalls auch fremde Bilder verwenden können oder auch gerade nicht. Das Ganze hat natürlich, und da kommt dann auch meine Profession wieder, als auch Datenschützer, Tätiger mit hinein, natürlich eben auch was mit Datenschutz zu tun. Wir haben erstmal die Unterscheidung zu treffen zwischen dem Umstand, ein Foto zu machen. Da kann ich schon mal ein bisschen was verraten. Nämlich, das ist relativ frei möglich. Das heißt, wenn Sie jetzt hier auf der CeBIT rumlaufen oder ich jetzt hier gleich mal eine Kamera rausholen würde und ein Foto machen würde, ist das noch relativ unproblematisch. Problematisch wird es insbesondere dann, wenn Sie die Fotos veröffentlichen wollen. Und da gibt es ein Gesetz, das Kunsturhebergesetz, das wir uns gleich ein bisschen genauer angucken werden, wo es durchaus einige Schranken gibt, was denn diese Vermöglichkeit dann von selbst geschossenen Fotos und der Verwendung dann zeigt. Kommen wir erstmal zum Foto machen und dem, was das Bundesdatenschutzgesetz dazu sagt. Es gibt in dem Sinne kein echtes Gesetz, das tatsächlich regelt, wie man jetzt mit Fotos machen umgeht. Da können Sie vielleicht noch ein bisschen was mit Stalking werden im Strafgesetzbuch. Das sind aber schon die extremen Folgen. Das normale Schießen eines Fotos ist erstmal so per se nicht geregelt. Da können wir auf die ganz normalen Vorschriften im Bundesdatenschutzgesetz zugreifen, weil natürlich auch das Foto machen nicht nur Ihnen die Seele raubt, sondern im Zweifel eben auch eine Datenerfassung darstellt. Weil man die Leute erkennt, ist es so was, wie wenn Sie eben irgendwo anders Daten einer Person erheben. So ist es das eben auch, wenn Sie ein Foto machen. Die Bilddaten sind natürlich etwas, was personenbezogene Daten sind und damit eben auch dem Datenschutzrecht unterfällt. Wer es nachschlagen will, § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3. Da steht drin, dass Sie grundsätzlich in der Öffentlichkeit oder öffentliche Daten bzw. entsprechende Daten, die frei zugänglich sind, erheben dürfen. Das heißt, wenn Sie also durch die Gänge jetzt hier laufen oder durch die Straßen, dann ist das ein relativ öffentlicher Bereich. Sie erheben sozusagen frei zugängliche Daten, weil da ist nichts mit Zaun oder ähnliches, sondern Sie machen das Foto einfach so, dass Sie dieses über diese Regelung dann entsprechend auch erfassen dürfen. Sobald Sie natürlich irgendwelche Hindernisse überwinden müssen, ist es nicht mehr frei zugänglich. Insbesondere, wenn Sie also anfangen jetzt über Mauern zu fotografieren oder in die Schlafzimmer hinein zu fotografieren, da ist definitiv natürlich kein öffentlicher Raum mehr. Aber bis dahin geht es nur. Der Nachteil bzw. die Schranke, die Sie hier noch finden, ist, dass Sie zwar die Fotos grundsätzlich machen dürfen, aber Sie müssen auch noch das berechtigte Interesse des Betroffenen beachten. So sagt es das Gesetz. So schwammig, wie es denn nur irgendwie geht. Und das bedeutet, dass Sie zumindest nochmal darüber nachdenken müssen, ob der, den Sie da fotografieren, vielleicht doch irgendwie ein etwas wichtigeres oder größeres Recht daran hat, dieses zu untersagen bzw. die das auch erkennen konnten. Typischer Fall ist der FKK-Strand. Na gut, am FKK-Strand ist ja auch öfter mal einfach das Interesse des Fotografen gering. Ja, nein, das ist natürlich rein für den privaten Gebrauch, kann man natürlich darüber diskutieren, wäre es vielleicht wieder zulässig. Aber da haben wir das allgemeine Persönlichkeitsrecht natürlich, was reinspringt und insbesondere eben dann auch so eine Art Überwachungsdruck oder einen entsprechenden, sagen wir mal so, unangenehmes Gefühl erzeugt, wenn ich da jetzt also am FKK-Strand liege und dann die großen Mega-Zooms auf mich gerichtet sind, dann ist das etwas, was, selbst wenn es nicht veröffentlicht wird, irgendwie mir doch unbehagen ursagt. Deswegen hier also durchaus offensichtlich die Recht des Betroffenen auch überwiegen. Das kann durchaus auch gelten, solche Fotos habe ich schon gesehen, bzw. solche T-Shirts, wo draufsteht, ich will nicht fotografiert werden. Das könnte durchaus auch bedeutend sein, sodass sie dann auch bitteschön dieses Fotografieren unterlassen. Ist aber bei mir meines Erachtens bisher noch nicht in Urteilen vorgekommen. Solche T-Shirts sind jetzt auch nicht so verbreitet. Aber insbesondere kommt es natürlich vor, dass jemand sagt, ich will nicht fotografiert werden oder so die Hand hochhebt. Auch das muss man dann beachten, weil dann haben wir ein durchaus auch erkennbares, berechtigtes Interesse des Betroffenen, nicht fotografiert zu werden. Zumindest sofern es denn in normalen Umgebungen stattfindet und sich daraus jetzt nicht Nachteile ergeben. Wenn Sie also jetzt dadurch völlig davor gehindert werden, irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche Gebäude zu fotografieren, kann es sein, dass dieses dann wieder unbeachtlich wird. Aber da kommen wir jetzt auch zu, wenn es zu der Frage kommt, Fotos veröffentlichen. Wir haben also gerade eben gelernt, Fotos machen ist noch relativ unproblematisch. Da gibt es wenig, was das Ganze verhindert. Aber das, was sozusagen bei dem Veröffentlichen dann jetzt dazu kommt, ist das Kunsturhebergesetz. Ein ziemlich altes Gesetz, das auch nur noch aus wenigen gültigen Paragraphen besteht. Und da finden Sie jetzt genauere Informationen darüber, was denn hinsichtlich der Verwendung dieser Bilder möglich ist. Und das Ganze beruht wieder auf dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, wie Sie es im entsprechenden Datenschutzrecht finden, wie es auch das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts schon festgestellt hat. Danach dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Das heißt, Sie brauchen also die Einwilligung des Betroffenen, wenn der denn entsprechend dort erkennbar ist. Und das gilt durchaus auch, wenn Sie jetzt auf Partys unterwegs sind oder auf Discos oder in Discos. Das ist ja das Typische, diese Disco-Fotografen, die dann entsprechend dort die Fotos für die Webseite machen. Auch die müssen die Einwilligung einholen derjenigen, die Sie dort fotografieren. Nur, diese Einwilligung muss nicht unbedingt schriftlich sein, sondern sie kann zum Beispiel eben auch dadurch entstehen, dass Sie einfach in die Kamera lächeln und auch wissen, das ist jemand, der jetzt für so eine Webseite ein Foto grafiert. Und dann ist das durchaus auch als konkludente Einwilligung anzuerkennen. Das ist, glaube ich, auch ein recht häufiger Fall, dass gerade Fernsehkameras zum Beispiel ja auch sehr gut von außen als Fernsehkamera zu erkennen sind. Und wer sich da dann davor stellt und agiert, also mit der Kamera agiert, der kann sich hinterher schlecht darauf berufen, nicht gefragt worden zu sein. Ja, aber das ist natürlich beim Disco-Fotografen immer nicht ganz so erkennbar. Ist das jetzt der Disco-Fotograf oder ist das einfach einer der an eng bekleideten, weiblichen Disco-Besuchern interessiert? Das ist auch eh eine Mischung zwischen beiden. Also deswegen, da muss man dann hoffentlich dann auch klar machen als Disco-Fotograf, dass es so ist. Wobei so eine Einwilligung auch widerruflich ist. Das heißt also, wenn Sie so eine Einwilligung selbst erteilt haben und am nächsten Morgen dann feststellen, oh nee, wer ist das denn und doch bitte nicht mit dem oder mit der, dann können Sie das auch jederzeit widerrufen. Und dann muss dieses Bild auch wieder von der Webseite runter. Das heißt, diese Einwilligung ist nicht für immer, sondern ist freiwillig eben für den Einzelfall. Ausnahme natürlich, Sie haben einen entsprechenden Vertrag geschlossen und haben Geld dafür bekommen. Das sehen Sie hier auch. Die Einwilligung gilt als Zweifel als erteilt, wenn der Abgebilder dafür, dass sie sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Insbesondere so Heidi Klum, wenn die entsprechend dann Model-Fotos macht, dann kann die nicht am nächsten Tag sagen, das sieht aber nicht ganz vorteilhaft aus, sondern da muss sie dann im Zweifel mit durch, weil sie hat Geld dafür bekommen, hat einen Vertrag geschlossen, der das entsprechend dann auch regelt. Es sei denn, das Ganze zielt über Ziel hinaus. Das heißt, eigentlich sollten Model-Fotos gemacht werden. Der Fotograf hat aber auch nochmal beim Umziehen draufgehalten. Dann gilt das natürlich dafür nicht. Und hier haben wir nach dem Tod des Abgebildeten, dass also hier diese Einwilligung noch zehn Jahre entsprechend gültig ist. Das wird sich gleich, wenn Herr Dirks dann über das Urheberrecht ein bisschen was erzählt, nochmal ein bisschen erhöhen, was so insbesondere Urheberrechte an Fotos angeht. Aber die Einwilligung, die gilt dann erstmal für zehn Jahre, auch wenn es dann entsprechend dann von den Nachkommen, beziehungsweise von den Erben dann entsprechend auch aufgehalten wird. Bei Minderjährigen ist es so, dass diese Einwilligung nicht immer so an der 18-Grenze festzumachen ist, sondern da gilt die Einsichtsfähigkeit. Und die kann man so ab 14, 15 durchaus annehmen. Da sagt der Rechtsanwalt möglicherweise, das ist eine Meinung, die vertreten wird. Wenn Sie aber sicher sein möchten, und das sollten Sie ja wollen, wenn Sie Fotos veröffentlichen, sollten Sie sicherheitshalber tatsächlich, sicherheitshalber, noch mit 17,5 die Einwilligung der Eltern abfragen. Das ist einfach so. Also gerade bei Schulfotografen wird das in der Regel auch immer so passieren, weil die sich einfach auch absichern wollen. Und spätestens, wenn Sie natürlich einen entsprechenden Modelvertrag wieder abschließen, man sieht es ja jetzt gerade, Germany's Next Topmodel, da ist kaum noch jemand über 18, die müssen auch dann die Einwilligung haben, weil das sind rechtlich gegebenenfalls auch negative Dinge, die dann damit verbunden sind. Und dann haben Sie wieder ganz normales BGB-Recht. Und da müssen Sie dann 18 sein, um das wirklich vollumfänglich einschätzen zu können. Du wirst gerade fotografiert hier vorne. Hast du da eigentlich eingewilligt? Hast du da eigentlich eingewilligt? Ich willige jetzt mal einfach darin ein, sofern ich jetzt nicht meinen Kopf auf dem Porno darstelle. Ach, so lange der ist gut, ist auch egal jetzt. Ja, wie gesagt, Modelverträge. Dann Einwilligung können Sie wieder rufen, das hatte ich gerade eben schon erzählt. Das typische eben, wenn Sie beim Disco-Fotografen am nächsten Tag dann eben mit Schrecken aufwachen und sehen das Bild dann im entsprechenden Bild, beziehungsweise auf der Webseite. Was wir zum Beispiel auch schon, was auch schon die Aussichtsbehörden beschäftigt hat, war zum Beispiel mal ein Fall, wo dann so ein, von einem Disco-Fotografen erstelltes Bild plötzlich dann ein paar Tage später in irgendeinem Flyer von der Disco wieder auftauchte. Dafür haben Sie in der Regel nicht die Einwilligung gegeben, sondern nur dafür, dass der das auf die Webseite stellt, aber nicht unbedingt dafür, dass es kommerziell weiterverwendet wird. Das heißt, da müssen Sie dann gegebenenfalls wieder gefragt werden und entsprechend nochmal ausdrücklich einwilligen. Welche Grenzen gibt es sonst noch? Doch, wir haben also einmal die Einwilligung und dann brauchen Sie keine Einwilligung, wenn Sie Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte haben. Ich wollte ja gerade mal so ein Stichwort geben. Du wirst schon wieder fotografiert, Henry, und immer noch ist keine Einwilligung erklärt worden. Ich habe doch eine erklärt. Ja, aber hättest du keine erklärt, wäre es dann verboten? Das ist ja die Frage. Das Fotografieren selber wäre ja okay. Ja. Das hier, würde ich sagen, ist jetzt noch nicht, dass wir hier unseren entgegenstehenden Willen so bekundet haben, dass es dann unmöglich wäre. Wir sind ja beide bekleidet. Und das zu veröffentlichen. Und würden sagen, das geht. Das mit dem Veröffentlichen, das müssen wir dann nochmal diskutieren. Ja, aber jetzt wäre die Frage... Du bist sicherlich im Zusammenhang mit diesem Ereignis. Genau, deswegen, ich verstehe jetzt, worauf du gerade hinaus willst. Verstehst du? Ja, ein wunderschönes Stichwort. Ja. Bereich der Zeitgeschichte. Natürlich ist auch dieser Vortrag gerade ein Ereignis der Zeitgeschichte. Nun wollen wir uns jetzt hier nicht zu höher hängen, als wir sind, aber es ist zumindest etwas, was auf der CeBIT öffentlich passiert als Vortrag. Das heißt also etwas, was auch öffentlich bekannt gegeben wurde. Da sind wir durchaus auch schon in einem sehr niedrigen Level, aber durchaus in einem, wo die Zeitgeschichte reinspielt. Das heißt, da könnten wir uns wahrscheinlich nur bedingt gegen wehren, dass dieses jetzt hier also dann entsprechend veröffentlicht wird. Ansonsten sind natürlich so zeitgeschichtliche Sachen, irgendwelche Politiker, die eben irgendwo was Politisches tun und und und. Das sind zum Beispiel auch Promis, wenn die entsprechend eben sich verhalten, aber eben auch so verhalten, dass es nicht den höchstpersönlichen Bereich betrifft. Also der Promi, der auf dem roten Teppich läuft, der kann sich in der Regel nicht wehren. Der Promi, der wieder am FKK-Strand abgelegen irgendwo liegt, oder sei es eine Königin oder eine Prinzessin aus einem befreundeten EU-Land auf einer Insel, dann kann das durchaus sein, dass dieses dann davon nicht mehr erfasst wird. Ist aber immer wieder gern umstritten. Gerade Herr Jauch hat da durchaus öfter mal gegen geklagt oder auch einige andere Promis. Da gibt es eine ganze Reihe Urteile zu. Dann ist auch ohne Einwilligung möglich, wenn Personen nur Beiwerk sind. Sie haben also zum Beispiel eine Landschaft, ein Gebäude, den Kölner Dom, was weiß ich. Und da stehen eben immer wieder Leute dann davor. Und die sind nicht Teil oder Hauptteil der ganzen Geschichte. Dann können Sie darauf auch verzichten, hier die Einwilligung einzuholen. Sobald sich da von einer in den Vordergrund denkt, weil er zum Beispiel jongliert oder sich übergibt, dann haben Sie ein Problem. Dann Versammlungen, Aufzüge und ähnliches. Auch da haben Sie die Möglichkeit, ohne Einwilligung zu fotografieren und zu veröffentlichen, sofern Sie denn wirklich nur die Masse als solches darstellen wollen. Wenn dann dort so ein Gruppenfoto ist, dann haben Sie da wieder gegebenenfalls die Pflicht zu fragen. Und es gibt auf jeden Fall nicht so eine 5, 7, 12-Personen-Grenze, die man immer wieder irgendwo liest. Herr Dirks wird es bestätigen. Da müssen Sie wirklich auf die Gesamtschau gucken. Und Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, aber der Kunst dienen, auch die wären zulässig. Aber auch in jedem Fall müssen Sie jeweils das berechtigte Interesse wieder wahren. Hier nur ganz schnell ein paar Beispiele, bevor Herr Dirks gleich übernimmt. Die Zeitgeschichte sehen Sie hier. Den Herrn kennen Sie ja zum Beispiel sicherlich Herrn Kubicki, unser ehemaliger Landesvater aus Schleswig-Holstein, der THW. Das sind so Sachen der Zeitgeschichte. Gehst du mal eins zurück? Bei dem Foto würde ich schon fast zweifeln, weil natürlich die Frage immer ist, ist es eigentlich ein Bildnis, was ich veröffentliche? Wenn ich also eine Person auf einem Bild drauf habe, die gar nicht zu erkennen ist, und deswegen komme ich jetzt drauf, ein bisschen unscharf das Foto, da muss man sich die ganzen Fragen vielleicht gar nicht stellen, weil dann ist das Persönlichkeitsrecht gar nicht betroffen. Ich erkenne das. Also das ist hier. Du hast ja auch gemacht. Und er lächelt mir in die Kamera. Das ist doch, also da würde ich mal sagen, Einwilligung sogar auch noch plus. Hier Person so als Beiwerk. Das ist also sozusagen, hier fotografiert man den Jahrmarkt und die Personen müssen nicht gefragt werden. Und auch er hier nicht, weil hier ist die Düne sozusagen im Vordergrund. Sobald diese Person natürlich besonders herausstechen würde, manchmal so ein Liebespaar zum Beispiel, das irgendwie knutscht und dadurch eben die Liebe vor dem Eiffelturm präsentiert wird, dann hätte man wieder ein Problem. So Versammlungen, größere Massen eben, die dürfen sie darstellen. Und eben auch, da kommen wir langsam zu dem Thema von Herrn Dirks, die Panoramafreiheit ist noch eine Besonderheit. Und da gehen wir langsam schon ins Urheberrecht hinein. Nämlich die Sache, dass sie zum Beispiel Außenansichten von Gebäuden, sofern sie sich nicht etwa in irgendeiner Form auf eine Leiter begeben, sondern ganz normal aus Augenhöhe fotografieren, dass sowas durchaus zulässig ist. Aber wenn sie eben auf eine Leiter steigen, dann wird es schon wieder problematisch. Dann können sie gegenfalls als Einhaber dieses Gebäudes dagegen vorgehen. Insbesondere aber, wenn es eben sich um nur vorübergehende Installationen handelt, dann kommt das Urheberrecht auch rein. Wenn zum Beispiel die besonderen Lichteffekte am Eiffelturm oder Führte Reichstag, das wäre nicht mehr dieses typische bleibende Werke, sondern dann haben sie plötzlich etwas, was eben besonders geschaffen wurde und wo sie auch besonders darauf achten müssen. Dann gibt es auch kein Recht an Sachen. Es gibt zwar ein Recht an Fotos, die Personen darstellen. Sie haben ein Recht darauf, sozusagen darauf zu pochen, dass sie, wenn sie veröffentlichen, eben nur Bilder veröffentlichen, die sie freigegeben haben, die Einwilligung. Bei Sachen gibt es das nicht. Es sei denn, diese Sachen sind eben nochmal wieder urheberrechtlich besonders geschützt. Also so ein Auto, wenn es ein normales Auto ist oder eine besondere Yacht, da kann sich der Eigentümer in der Regel nicht gegen wehren, dass dieses fotografiert wird, wenn es in der Öffentlichkeit sich denn befindet und dieses Foto dann eben auch veröffentlicht wird. Aber es kann natürlich wieder problematisch werden, wenn dies ein besonderes Werk darstellt, wie zum Beispiel bei Gemälden. Und damit sind wir auch mittendrin im Urheberrecht. Und ich komme mit diesem schönen Teil weiter. Ja, vielen Dank erstmal Henry. Vielen Dank erstmal Henry. Vielen Dank erstmal Henry. Ja, ich bin ja noch ein paar Minuten da. Wir hatten noch nie Szenenapplaus. Ich dachte, das machen wir jetzt mal. Das wird auch immer voller. Wir wissen ja auch zwei Anwälte, drei Meinungen. Aber in dem Fall muss ich sagen, das war alles richtig, was Krasemann gesagt hat. Obwohl ich mich gerade frage, wieso du eigentlich die Panoramafreiheit in deinem Teil behandelt hast, weil das eine Schranke des Urheberrechts ist. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich wollte ja überleiten. Also, Nutzung von Fotos im Block. Wer hat was zu sagen? Die Abgebildeten, ganz klar. Aber wer hat auch was zu sagen? Der Fotograf. Ich komme einmal zurück auf die ursprüngliche Folie, also der hier das Foto macht. Welche Arten von Bilder haben denn eigentlich Rechteinhaber? Also wer kann da was sagen? Und ich kann Ihnen schon mal sagen, es gibt keine Fotos ohne Rechteinhaber. Das Urheberrecht spricht insoweit zwar von Werken, also es ist in der Regel das geschützt, was als Werkschöpfungshöhe aufweist nach § 2 Absatz 1 Urhebergesetz. Wie so ein Foto zum Beispiel. Das ist ein Werk. Das ist ganz klar. Das ist ganz toll beleuchtet. Der Fotograf, Herr Krasemann, hat hier noch die Perspektive sehr sorgfältig gewählt. Das fühlt sich alles schön. Das ist ein Werk. Ist in jedem Fall schutzfähig und deswegen nach dem Urheberrecht geschützt. Aber auch andere Bilder, die keine Werke sind, sind geschützt. Nämlich dies zum Beispiel auch. Das ist nun kein Werk. Das ist einmal draufgehalten. Da ist auch das Licht nicht toll. Aber ein solches Lichtbild genießt eben als Lichtbild auch Schutz. Nämlich hat es ein Leistungsschutzrecht aus § 72 Urhebergesetz. Das heißt, am Ende des Tages müssen Sie immer fragen, wenn Sie Fotos verwenden. Zu einer ganz Mini-Ausnahme komme ich noch gleich. Aber merken Sie sich bitte, es gibt kein Foto ohne Rechteinhaber. Wenn ich sage, das eine ist ein Werk und hat ein Urheberrecht, das andere ist nur ein Lichtbild und hat ein Leistungsschutzrecht. Wo ist eigentlich der Unterschied? Der Unterschied ist in der Schutzdauer zu sehen. Bei den Lichtbildwerken sind es nämlich 70 Jahre. Und zwar bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Also erst wenn Grasemann 70 Jahre lang unter der Erde liegt, dürfen Sie sein Foto von dem Justizministerium übrigens in Kiel weiter benutzen. Aber das andere Bild hier, das ein Lichtbild und kein Lichtbildwerk ist, da dauert es nicht ganz so lange. Also schon 50 Jahre und zwar nach Veröffentlichung wird es dann gemeinfrei. Und die Gemeinfreiheit, also der Zustand, dass die Schutzdauer eines Werkes oder einer Leistung hier abgelaufen ist, ist der einzige Fall, die einzige kleine Ausnahme, von der ich eben sprach, wo es wirklich mal ein Foto ohne einen Rechteinhaber gibt. Und ja, der Rechteinhaber und auch der Leistungsschutzrechtsinhaber hat ein Recht, nämlich das Urheberrecht oder eben das Leistungsschutzrecht. Und der Inhalt dieses Rechts ergibt sich aus § 97 Absatz 1 Urhebergesetz, lautet wie folgt. Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, also eben Urheberrecht oder Leistungsschutzrecht, kann und so weiter auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Also, das Urheberrecht ist ein Verbotsrecht. Ich kann anderen Menschen verbieten, meine Werke, also meine Fotos zu nutzen. Das ist der Kern davon. Ja, und wenn ich das aber gar nicht möchte, wenn ich mich Menschen erlauben möchte, meine Werke zu nutzen, dann erteile ich eine Lizenz. Eine Lizenz ist also nichts anderes als eine Erlaubnis zur Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werkes oder eben anderen Schutzgegenstandes. Ja, brauche ich jetzt eigentlich für alles eine Lizenz? Brauche ich schon eine Lizenz, um mir ein Foto anzugucken im Internet? Nein, der Werkgenuss an sich ist lizenzfrei. Aber es gibt eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die eben nicht lizenzfrei sind. Dazu gehört zum Beispiel das Vervielfältigen eines Werkes nach § 16 Urhebergesetz, das Verbreiten, noch eine Reihe anderer Dinge, also Senden, Ausstellen und so weiter. Aber vor allem auch nach § 19a das Öffentliche zugänglich machen eines Werkes. Und der kleine Buchstabe in den Paragrafen zeigt uns schon was, lieber Henry? Ja, dass man erstmal nachgepflegt hat. Da hat irgendjemand nicht von vornherein dran gedacht, sondern sich nachher gesagt, passt ja schön, wenn wir da nochmal ein bisschen was einführen, was vorher vielleicht noch nicht im Urheberrecht so vor 100 Jahren überhaupt angedacht war. Also das Urheberrechtgesetz ist ein bisschen älter als 20, 30 Jahre und deswegen, als das Internet aufkam, pflegte man eben, wie du eben richtig sagtest, den 19a ein. Also das Internetrecht brauche ich, wenn ich ein Bild öffentlich zugänglich machen will, wenn ich es also in einem Blog benutzen will oder wenn ich es irgendwo posten möchte, in eine Timeline eigentlich auch. Man sollte also, wenn man so tätig wird, immer sich eine Lizenz einholen. Ja, wie weit geht denn das? Ist dann jetzt eigentlich jede Nutzung eines Fotos von diesem Urheberrecht umfasst? Muss ich wirklich bei jeder Art des Online-Stellens von einem Bild den Urheber oder sonstigen Berechtigten fragen? Na, also ein paar Grenzen gibt es schon. Unter anderem hast du eben schon eine genannt, das ist die Panoramafreiheit, da komme ich gleich drauf. Eine andere ist das Zitatrecht. Also, wir lesen mal eben den letzten Text zusammen. Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zwecke des Zitats. Und zwar, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Ja, da kann ich auch sagen, Trick 17. Ja, ich mache jetzt einfach einen Blogpost hin, das bebildere ich mit irgendeinem Foto, was ich von einer anderen Webseite habe und sage, ist ja ein Zitat. Zitatzweck, ja, sieht besser aus. Ja, oder? Ja, da gibt es auch noch sowas wie Kleinzitat, Großzitat, Mittelzitat. Ja, das geht schon so ein bisschen ins Detail. Das brauchen wir vielleicht heute in der kurzen Zeit nicht. Ich wollte auf den Zitatszweck hinaus. Ja, also die bloße Illustration eines Blogpostings mit einem Foto, was Ihnen nicht gehört, reicht als Zitatszweck nicht aus, sondern was soll das Zitatrecht eigentlich? Na, das ist eigentlich eine Schranke des Urheberrechts, die dazu führen soll, dass die Entwicklung der Kunst nicht gebremst wird, dass man sich über Werke austauschen und sich mit ihnen eben auch auseinandersetzen kann. Und dementsprechend ist eben genau das auch notwendig. Also ein Zitat ist nur möglich und zulässig, wenn das Zitat eigene Gedanken belegt und unterstützt und im Rahmen einer solchen, ja, Befassung mit dem Bild gemacht wird. Und insbesondere muss auch die Quelle genannt werden, nicht? Sonst haben sie irgendwann, wenn sie Minister sind oder ähnliches, auch mal ein Problem. Das ist allerdings kein urheberrechtliches Phänomen, sondern da geht es eher in den Bereich der wissenschaftlichen Arbeitens. Wenn sie aber sich verzettelt haben und dann auch von und zu Gutenberg heißen, dann passiert ihnen auch dann nicht viel, wenn sie das falsch machen. Gut, also eine weitere Schranke des Urheberrechts ist eventuell eine Bearbeitung oder freie Benutzung. Vielleicht zunächst zur Bearbeitung. Also das meint den Fall, ich nehme ein Werk und gestalte das um und werde so selber zum Urheber. Und die Frage ist, muss ich eigentlich jetzt den ursprünglichen Urheber des Werkes noch fragen? Sie erkennen das Bild vielleicht gerade noch wieder. Das ist unser Justizministerium. Das hatte Krasemann ja so schön fotografiert. Da war es das Original. Ich finde es jetzt eigentlich schöner in Pink. Deswegen habe ich das Pink eingefärbt. Ist hübsch. Ist hübsch, ja. Also wäre eine Bearbeitung. Und die Frage ist, darf ich das jetzt so veröffentlichen? Wird das jetzt zu meinem Bild? Dazu sagt § 23 Urhebergesetz folgendes. Also Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung des Urhebers und so weiter verwertet werden. Das bedeutet, herstellen darf ich das. Ohne jemanden zu fragen. Aber in dem Augenblick, wo ich es nutze, wie zum Beispiel auf so einer Veranstaltung hier das öffentlich zur Schau stelle, muss ich gerade so mal fragen. Bist du einverstanden? Da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Jetzt nur für hier. Wir kommen ja gleich noch zu der Frage, ob man da irgendwelche Gelder denn zahlen muss, beziehungsweise was denn da an Strafen droht. Aber deswegen überlege ich nochmal. Also ich müsste ihn fragen. Die weitere Frage ist denn, ja gut, jetzt konnte man ja noch sehr gut erkennen, welche Quelle dieses Foto hatte, also was das ursprüngliche Foto war. Was ist denn, wenn ich das völlig umgestalte, was völlig Neues mache, wo ich auch gar nicht mehr richtig erkennen kann, was das eigentlich für ein Foto war. Und das ist die Frage der freien Benutzung. Gleich in Nachbarschaft, Paragraph 24 Urhebergesetz. Also ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers veröffentlicht und bewertet werden. Ja, jetzt ist die Frage, was ist eine Freibenutzung? Also das Einfärben eben reicht hier nicht aus. Eine Freibenutzung wäre so etwas. Also das ist mal ein Foto gewesen und aus dem Foto hat jemand durch Abmalen ein völlig neues Werk gemacht, nämlich eine Strichzeichnung oder eine Kohlezeichnung. Da tritt das ursprüngliche Werk so weit in den Hintergrund und dingt nur noch als Inspiration, so dass ich da also als neuer Urheber niemanden anderes mehr fragen muss. Und Sie merken schon, die Grenze ist hier deutlich, weil ich ein Beispiel gewählt habe, wo es deutlich wird, aber sie ist in der Realität schwer zu treffen oftmals. Deswegen lautet der anwaltliche Rat natürlich auch in diesen Fällen, fragen Sie bitte den Rechteinhaber, die Rechteinhaberin, den Urheber oder die Urheberin, bevor Sie Ihre Werke benutzen, weil sonst kann es Ärger geben. Praxisfälle. In meiner anwaltlichen Praxis taucht immer wieder der Fall auf, der Rechtssuchende kommt und sagt, ich habe aus einem Bildarchiv möglicherweise oder von Wikipedia ein Foto benutzt. Da stand, das sei also frei benutzbar gewesen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Nun werde ich abgemahnt von einem Anwalt, der will Geld von mir haben. Das kann doch alles gar nicht sein. Wie kommt das? Na, das kommt zunächst mal daher, ich sagte Ihnen ja eingangs auch schon, es gibt keine lizenzfreien Werke. Und dementsprechend müssen Sie auch sehr vorsichtig werden, wenn jemand behauptet, ein Werk, das Sie benutzen sollen, ist lizenzfrei. Und wenn Sie es benutzen, ohne eine Lizenz erworben zu haben, dann wird es eventuell teuer. Nun haben viele von Ihnen vielleicht auch schon mal den Begriff der CC-Lizenzen gehört. CC, das steht für Creative Commons. Das sind also kostenlose Lizenzmodelle. Allerdings sind auch Werke, die unter CC veröffentlicht werden, nicht Lizenz, sondern allerhöchstens Lizenz kostenfrei. Also der Urheber oder Rechteinhaber räumt Ihnen das Recht ein, ein Werk zu nutzen und unter weiteren Bedingungen es nutzen zu dürfen, ohne etwas zu bezahlen. Aber auch aus diesem Bereich sehen wir viele Abmahnungen von Rechteinhabern, die also Nutzer von solchen Werken in Anspruch nehmen auf Unterlassung und auch auf Schadensersatz. Und zwar oftmals dann, wenn CC-lizenzierte Werke so genutzt werden, dass man es unterlässt, den Urheber zu nennen. Denn in den allermeisten Lizenzen ist das festgelegt und es ergibt sich auch aus § 13 Urhebergesetz. Also jede Nutzung von einem Werk verschafft dem Urheber das Recht, dort genannt zu werden. Und alleine das Versäumnis, also diesen Rechteinhaber oder Urheber nicht genannt zu haben, kann sie teuer zu stehen kommen. Das gibt eine Abmahnung. Die Abmahnung kostet Anwaltskosten, vielleicht sogar noch Lizenzkosten obendrauf. Das kann leicht in den vierstelligen Bereich gehen. Was auf jeden Fall nicht dazu gehört, ist, was so das gerne die Fernsehsender machen, wenn sie zum Beispiel YouTube oder irgendwas, wo man, ist auch kein CC, aber sowieso die Problematik schon existiert, dass man einfach so Quelle Internet. Ja. Ja. Das reicht nicht aus. Oder Quelle YouTube oder Quelle Fotolia. Das würde nicht reichen, sondern sie müssen tatsächlich dann möglichst auch den echten Autor benennen, damit das auch eine echte Quellenangabe ist und nicht so ganz pauschal mit, könnte ja irgendwo mal aus irgendwas mit Bits und Bytes sein. Genau. Ja, weiterer Praxisfall, wird weniger abgemahnt, aber auch immer wichtig, Sie haben in Ihren Blogs oftmals die Notwendigkeit, dass Sie auf irgendein Social-Media-Profil verlinken möchten oder einen Facebook-Like-it-Button benutzen möchten, auch wenn Sie es vielleicht gar nicht dürfen. Das ist so eine datenschutzrechtliche Frage, aber die Frage ist... Dafür bleiben Sie bitte bis 11 Uhr noch hier, dann gibt es da einen schönen Vortrag zu suchen. Ja, genau. Also, warum Facebook gefährlich und schlecht ist, hören Sie dann von Krasemann. Aber die Frage ist, wann darf ich eigentlich diese Grafiken benutzen? Und das ist auch ganz klar. Nur dann und soweit Ihnen das die jeweiligen Rechteinhaber gestatten. Sie müssen also in diesen Fragen immer die Nutzungsbedingungen und die speziellen Policies von diesen Netzwerken konsultieren und da mal reinschauen. Sie dürfen das nicht frei benutzen in irgendeiner Form und das hinkleben, wo Sie wollen. Das, was ich hier heute mache, ist auch schon so ein bisschen fraglich, ob man das eigentlich so darf. Ich bin natürlich der Warnung, ich darf das, aber man kann das sicherlich bestreiten. Letzter und ganz aktueller Praxisfall, Urheberrecht. Da geht es um die Vorschaubilder auf Facebook. Also die Folie kennen Sie auch schon, die hatten wir ganz zu Anfang schon mal. Da ist also ein Blogposting auf Facebook verlinkt worden. Und Sie kennen das alle, wenn Sie in Ihre Timeline einen Link posten, dann schlägt Ihnen Facebook vor, was für ein Vorschaubild Sie dazu haben möchten. Oder vielleicht auch keins. Hier ist so ein Kreuzchen zum Wegklicken, kein Miniaturbild. Und nun kam es zu dem Fall, also nicht in diesem Fall, das war nicht das Foto, aber ein anderes Foto, wo auf der ursprünglichen Webseite, die verlinkt worden ist, ein Foto schon rechtswidrig platziert worden war. Da hat also jemand ein Bild, das unter CC-Lizenz stand, genommen, ohne Urhebernennung öffentlich zugänglich gemacht. Und dieses Bild wurde wiederum dann über die Facebook-Vorschau-Funktion in eine Timeline gepostet. Und natürlich ist das, was Facebook dort macht, nämlich das erneute Kopieren und wieder öffentlich zugänglich machen, auch eine urheberrechtlich relevante Nutzung. Und nun kam es zu einer Abmahnung, also der Aufforderungsunterlassung und der Forderung, Anwaltskosten zu zahlen, gegenüber demjenigen, in dessen Timeline das gelandet ist. Der hat selbst also nichts gemacht. In dessen Timeline wurde also ein Foto gepostet. Das ist eine ganz neue Qualität. Da kommen wir also auch in den Bereich der Frage, nicht nur ist das eigentlich eine Urheberrechtsverletzung, sondern auch wer haftet. Hafte ich eigentlich als Störer gewissermaßen für das Verhalten Dritter? Das ist gerichtlich noch nicht geklärt. Man wird sehen, wie das ausgeht. Also man kann sich da durchaus auf Rechtsprechung berufen, die vielleicht daran geht, dass man sagt, naja, also wer so ein Foto öffentlich zugänglich macht, der muss auch damit rechnen, dass es hier verlinkt wird. Man weiß es aber nicht. Also Vorsicht ist da geboten. Und wenn Sie ganz, ganz, ganz sicher sein möchten, dann sollten Sie, wenn möglich, wenn Sie was verlinken, natürlich da unten ankreuzen, dass überhaupt kein Miniaturbild da erscheint. Wobei man sowieso bei diesen ganzen Facebook-Geschichten, da war ja mal auch vor einigen Wochen zum Beispiel diese Geschichte, nee, Wochen ist schon ein paar Monate her, hier irgendwie die Pustel deinen Lieblings-Comic-Figur als dein Profilbild. Auch das sind zum Beispiel plötzlich solche Geschichten, wo man also anfängt, weil Profilbilder sind immer öffentlich, das kann man gar nicht abschalten bei Facebook, Sie im Prinzip eine Lizenz dafür bräuchten, wie Ihre Mickey-Maus oder Ihr Bart Simpson da reinpacken. Ist klar. Also wir haben ja nun auch schon besprochen, Sie brauchen immer eine Lizenz, es sei denn, ein Foto ist gemeinfrei. Sie können bei Mickey-Maus oder Bart Simpson getrost davon ausgehen, dass die Urheber der Figuren noch nicht 70 Jahre lang tot sind. Deswegen brauchen Sie für jede Nutzung eine Lizenz. Und Sie brauchen darüber hinaus, kommen Sie auch noch in andere Schwierigkeiten, wenn Sie nämlich ein Foto von einer Person nehmen, die es auch noch gibt, dann hat die auch noch einen Anspruch aus deinem Bereich möglicherweise. Ja, dann können wir da noch jedenfalls mit dem Persönlichkeitsrecht was werden. Also können Sie viel Spaß und viele Kosten haben. Was wäre denn eigentlich so, wenn man jetzt aus Versehen mal irgendwo so ein Foto sich genommen hat und das bei sich reingepackt hat in seinen Blog? Was sind denn so typische Beträge, die dann da als fiktive Lizenzkosten dann entstehen können? Also typischerweise entstehen ja in diesem Bereich immer zwei Arten von Kosten. Nämlich zum einen entstehen die Anwaltskosten und zum anderen entstehen Lizenzgebühren. Und die Lizenzgebühr ist immer abhängig davon, in welcher Form da genutzt worden ist. Also privates Blog mit wenig Aufrufen, kleine Lizenzgebühr, betriebliches Marketing-Blog mit sehr vielen Aufrufen, sehr große Lizenzgebühr. Analog geht es dann eben bei den Streitwerten, nach denen Sie die Anwaltskosten bemessen. Aber da können Sie leicht in einem Bereich landen, wo wir sagen, vielleicht für den Streit mit Unterlassung 6.000 Euro Streitwert. Da sind wir bei Anwaltskosten von vielleicht etwa 500 Euro. Und das Gleiche nochmal obendrauf für die Lizenz. Also 1.000 Euro sind Sie sehr schnell los, wenn Sie abgemahnt werden. Das ist so. Henry, ich glaube, wir sind schon ein bisschen hinten dran. Deswegen, es kommt auch nicht mehr viel. Ach, guck! Ja, da siehst du, sind wir hinten dran und schon fertig. Ja, genau. Und eigentlich haben wir immer so eine Schlussline, die jetzt gar nicht mehr eingeübt worden ist. Aber das können wir dann ranschneiden oder irgendwas. Das machen wir gleich noch. Wir können aber erstmal die Fragen vielleicht zulassen. Ja, das können wir machen. Also, Zeit für Ihre Fragen. Haben Sie Fragen? Entweder an Herrn Grasemann oder auch an mich. Und da vorne ist schon die erste. Ich glaube, es gibt jemanden mit dem Mikro. Haben Sie die Belehrung mitbekommen? Sie werden aufgenommen, wenn Sie da reinsprechen. Es gab eine Folie, da stand was von Höheren Beitrag zur Kunst oder Beitrag zur Höheren Kunst oder etwas in der Richtung. Das ist eine von den Ausnahmen der Möglichkeit, keine Einwilligung einzuholen. Ich kenne aber keinen Fall. Können Sie noch mal erklären, was so ein Beitrag sein kann? Wie gesagt, ich kenne auch keinen Fall, wo das noch mal relevant geworden ist. Das kann natürlich bei entsprechenden Performances vielleicht sein, wo man dann entsprechend, weil sie eben als künstlerischer Aufzug zum Beispiel, was weiß ich, kann ja schon beim Karnevalsaufzug teilweise vielleicht der Fall sein. Naja, Karneval ist das Kunst? Oder kann das weg? Also als Norddeutscher ist man da, glaube ich, so ein bisschen zwiegespalten, was diese Frage angeht. Aber das kann eben bei solchen künstlerischen Aufführungen zum Beispiel mal der Fall sein, wenn man sowas dann entsprechend da präsentieren will. Oder sich eine besondere Performance, das kann es ja auch manchmal sein, mit der man sich in der Öffentlichkeit dann bewegt oder dann was macht und andere Leute das zum Beispiel dann irgendwie mit eingebunden sind. Aber also mir fällt jetzt ehrlich gesagt nichts ein, weil auch da überall müssen Sie jeweils die Rechte des Betroffenen mit angucken und inwieweit die überwiegen. Also nur weil ich da sage, das ist jetzt Kunst, was ich hier mache und deswegen ist das jetzt etwas, was ich fotografieren darf, kommen Sie nicht drum herum, eigentlich genau die Fragen trotzdem weiterzustellen. Es gibt sicherlich keinen Fall, es gibt sicherlich einen Fall, den man sich denken kann, nämlich der Fall, in dem es ein Porträt gibt von einer Person, die verstorben ist. Und dann haben wir eben gelernt, dass für zehn Jahre nach dem Tod der Person die Angehörigen noch was zu sagen haben. Und das ist dann nicht der Fall, wenn es sich zum Beispiel um ein Porträt eines berühmten Malers handelt, was ausgestellt wird. Das können die Angehörigen in so einem Fall nicht verbieten, weil das Interesse der Kunst ihres überwiegt, ein höheres Interesse ist. Interessanterweise übrigens, dieses Kunsturhebergesetz stammt dahergehend oder wurde deswegen in die Welt gesetzt, weil es Fotografen gab, die den toten Bismarck fotografieren wollten. Und da es auch geschafft haben, wohl irgendwie da an irgendwelchen Sicherheitsvorkehrungen vorbeizukommen, dieses Bild gemacht haben, das dann veröffentlicht haben. Und dann kam man auf die Idee, dass man sagte, hm, eigentlich müssen wir da Schranken einziehen, was solche Geschichten angeht. Und deswegen hat man unter anderem eben dieses Kunsturhebergesetz und mit diesen Regelungen, die wir vorhin dargestellt haben, erschaffen damals. Das ist also auch schon etwas älter. Bismarck ist ja schon ein paar Tage tot. So ist das. Gibt es noch Fragen? Ich weiß nicht, ob das passt, aber kann ich Bilder aus der Presse oder auch Artikel aus der Presse, Zeitungen, Tageszeitungen, Zeitschriften, auf mein Facebook-Account oder auf veröffentlichen, auf eine Homepage? Nein. Also vielleicht haben einige von Ihnen die Diskussion um das Leistungsschutzrecht mitbekommen in den letzten Wochen. Da geht es ja um so Textschnipsel, die von Suchmaschinen angezeigt werden, wenn sie auf Presseerzeugnisse verlinken. Und dieses Leistungsschutzrecht für Presseverleger soll eben das auch lizenzpflichtig machen. Diese ganze Diskussion berührt aber nicht die Frage, was eigentlich ist, wenn ich einen ganzen Artikel zugänglich mache. Der hat in aller Regel insgesamt Schöpfungshöhe, ist damit ein Werk. Und dann brauche ich eben auch wieder eine Lizenz desjenigen, der das Ganze geschrieben hat oder der eben die ausschließlichen Rechte daran erworben hat, um das eben bei mir auch veröffentlichen zu dürfen. Was anderes gilt möglicherweise bei einem Foto dann wiederum dann, wenn es ein Foto aus einer Online-Publikation ist und ich so diese Facebook-Vorschau-Funktion habe, da kann man sich fragen, ist das diese Nutzung der Vorschau-Funktion für den Link nicht etwas, wo derjenige, der es online stellt, ursprünglich auch schon mit eingewilligt hat? Aber da gibt es auch noch keine Rechtsprechung dazu. Das ist offen. Aber im Grundsatz, nein, sie dürfen das nicht. Also es ist auch manchmal die spannende Frage, man ist selber zum Beispiel auf dem Foto. Gerade bei Lokalzeitungen kommt das ja vor, dass man dann mit abgebildet ist. Das gibt einem noch nicht das Recht, dieses Foto dann auf die eigene Homepage und auch nicht bei Facebook reinzustellen. Weil auch bei Facebook hat man mehr oder weniger eine Veröffentlichung. Selbst wenn sie es nur für ihre Freunde freigeben, nimmt man eigentlich an, dass es eine Veröffentlichung in der Regel ist. Und selbst wenn sie drauf sind, hilft ihnen das noch nicht darüber hinweg, dass der Fotograf selber eben auch Rechte an diesem Bild hat. Und der muss dann einwilligen oder Lizenz geben. Selbst wenn man selber drauf ist, ist es also nichts, was einem dadurch jetzt also die Rechte an dem Bild einräumt plötzlich. Da muss man trotzdem noch mit dem Fotografen entsprechend in Kontakt treten. Da eine Frage noch. Ich kenne den, oder zwei sogar. Einmal so, ja. Auch nur eine kurze Frage. Wie verhält sich denn das, wenn ich verlinke? Weil in dem Moment mache ich ja keine Kopie und derjenige klickt aktiv auf den Link und ruft dann das Bild zum Beispiel auf. Ja, das ist in der Regel zulässig. Also da gibt es auch entsprechende Urteile, die sagen, dass eigentlich das verlinken. Und da gab es insbesondere die Frage hinsichtlich der Deep Links. Das sowieso verlinken war jetzt in der Regel nie so richtig streitig. Streitig war eher, wenn ich direkt auf Unterseiten, zum Beispiel von Nachrichtenseiten verlinke. Paperboy und sowas. Da gab es entsprechende Entscheidungen. Und auch das wurde in der Regel als zulässig anerkannt. Und sofern ich nicht diesen Link und dieses Verlinken besonders verhindert hätte, was technisch eigentlich kaum möglich ist, sodass also dieses in der Regel zulässig ist, ja. Okay, mache ich noch eine ganz kurze Frage. Herr Kreisemann, Sie hatten vorhin gesagt, bei Gruppen zum Beispiel, es gibt keine Gruppengrenze. 5, 7, 12, 25. Das heißt, der Fotograf, der muss sich immer im Klaren sein, wenn dann 20 Personen abgebildet werden und möchte das Bild veröffentlichen, muss er im Grunde an die 20 Personen herantreten. Das heißt, Grenzen gibt es nicht. Keine festen, es gibt keine festen Grenzen. Das ist der Punkt. Also irgendwann sind Sie in dem Bereich, wo Sie natürlich auf einem Foto, wenn ich jetzt hier von dem Auditorium ein Foto machen würde, dann sind Sie nicht mehr individualisierbar. Und da ist es dann wieder, sind wir im Bereich Aufzug. Das ist die Frage, was Sie da stellen. Stellen Sie die Aussage Menschenmasse dar, ist es in der Regel unproblematisch. Stellen Sie da eine Gruppe von, also zum Beispiel das typische wäre so ein Klassenfoto. Da haben Sie vielleicht 30 Leute drauf. Und trotzdem ist dieses Klassenfoto ohne jeden, jeder Einzelne davon ist wichtig für dieses Klassenfoto, weil wenn einer fehlte, wäre es nicht mehr die Klasse. Deswegen ist es also da definitiv so, dass Sie nicht mit dieser Freigrenze sozusagen rauskommen. Wenn Sie aber jetzt, wie wir jetzt hier dieses Foto machen würden, nur um zu zart zu stellen, da waren eine ganze Menge Leute bei dieser Aufnahme dabei, dann würde ich sagen, ist das in der Regel zulässig. Wenn Sie jetzt wieder anfangen, während wir das Foto machen, hier irgendwie besondere Faxen zu machen und Sie stechen wieder raus, müssten wir zumindest Sie fragen. Also so gesehen, ja, der Fotograf ist also da in der Pflicht, sich durchaus auch ein bisschen Gedanken zu machen und kann sich eben nicht durch einfaches Abzählen da irgendwie rausreiten oder rausnavigieren. Wunderbar. Ich glaube, der nächste Dozent hier wartet ja schon. Ach, das bist ja du. Ja, genau. So gesehen haben wir zwar ein bisschen Zeit, aber ich muss mich natürlich auch gleich noch mal kurz frisch machen und in was Bequemes schlüpfen. Also so gesehen, vielen Dank, dass Sie hier so zahlreich jetzt auch hier dabei waren. Hören Sie gerne mal in den JuraFunk auf jurafunk.de rein. Bleiben Sie noch ein bisschen hier. Sie finden uns auch bei Twitter auf twitter.com slash jufunk. Auch da können Sie uns abonnieren. Wo gibt es noch Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten? Ja, bei iTunes zum Beispiel können Sie uns auch abonnieren. Und auf meinem Blog dirks.it, der hat eine Facebook-Seite, da gibt es auch die aktuellen JuraFunk-Folgen immer. Oder Sie kommen im nächsten Jahr wieder vorbei und schauen mal wieder rein. Falls wir wieder eingeladen werden. Genau. Und ansonsten bleiben Sie auch noch gerne hier. Wie gesagt, hier am Heiseforum gibt es den ganzen Tag heute noch spannende Vorträge und der nächste gleich schon um elf. Mein Name ist Henrik Rasemann und ich bin Stefan Dirks. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.